Fantastisch! Und ich würde sagen, wir gehen mal sofort rein in den ersten Angriff. So, unser altbekannter Freund, der Niko, hatte jetzt Drachen Level 4 und die hat er jetzt mal sofort mal ausgepackt, gegen Jude vom Clan Epicness und ich muss sagen, ja es waren schon doch einige, wir werden das jetzt mal sehen, er hat jetzt unten nochmal eben ganz kurz seine Bogenschützen genommen, um da schon mal ein, zwei Gebäude wegzumachen. Das sehen wir jetzt da schon mal und dann werden aber gleich auf jeden Fall die Drachen dann zum Einsatz kommen, das werden wir gleich sehen, ja die verfügbare Beute ist natürlich auch nicht schlecht, muss man mal sagen, mit 314.000 Gold und 415.000 Elixier, 1400 Dunkles noch dabei, eigentlich schlecht, nicht schlecht. So, jetzt wollen wir mal sehen, jetzt kommen noch ein paar Lakaien, das sind jetzt noch die Clan-Truppen und jetzt kommen die Drachen Level 4. Oh, einige. Die kosten natürlich auch einiges, also ich denke mal, die, naja, weil die Kosten dann wieder drin hat, ich weiß es nicht genau. Bin hier aber gespannt, wie er das macht. So, jetzt kommt der erste Wut-Zauber. Die Base ist schon relativ gut, kann man sagen, also muss man schon sagen, das geht schon ganz ordentlich ab in der Mitte in den Infernoturm, den hat er jetzt weggemacht mit dem Frost-Zauber, das ist natürlich ziemlich perfekt, habe ich leider noch nicht, aber er hat das schon. So, da ist noch der Wut-Zauber, jetzt gehen sie noch in die Mitte, machen jetzt noch die Königin kaputt. Jetzt kommt der Inferno-Tower, jetzt hat er noch einen Wut-Zauber gesetzt, okay. Eieieiei, ja, ging einiges auf jeden Fall, jetzt hat er schon 300.000 Gold, 200.000 Elixier, bin ich mal gespannt, der Inferno-Tower-Multiziel macht natürlich dann schon ein bisschen was an Schaden, allerdings natürlich nicht so viel, als wenn er jetzt auf Einzel gestellt wäre, aber gut, bei Drachen. Immer so eine Sache, jetzt hat er noch seinen König, der auch schon sehr hochgelevelt ist, muss man mal sagen. Hat er noch einen Wut-Zauber gehabt, alter, fünf Zauber müsste er dann gesetzt haben insgesamt. Müssen wir gleich mal gucken. Ja, damit er jetzt noch das Rathaus sich snackt, das ist ja jetzt noch während der Bokaljagd passiert. Er ist jetzt mittlerweile schon auf Meister und ja, fünf Zauber, nicht schlecht. Vier Wut, ein Frost. So, nächster Angriff von meinem Liebenfreude X-Technics HD aus unserem Clan. Ach, mein Hals mittlerweile, ey, vom ganzen Sprechen und ja, es handelt sich um einen Hexen-Only-Angriff, wie wir das jetzt hier sehen. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Level die Hexen sind, das werden wir gleich herausfinden, so. Alter, das ist schon fast etwas am Längen, weil es wirklich so extrem viele Sachen sind, die da sind, diese ganzen Skelette vor allem, da kriegt natürlich das Handy und der PC schon ein bisschen Probleme. Ja, wie gesagt, erster Frostzauber hat er da gesetzt gehabt, unten ist immer noch der Wutzauber und alter, die gehen schon ganz schön ab, die Hexen, das muss man schon mal sagen. Vor allem bekommst du kaum noch hinterher mit dem Gucken, weil da wirklich so viel auf dem Display auf einmal ist mit diesen ganzen Skeletten, ne. So, links hat er jetzt noch einen Wutzauber gesetzt und arbeitet sich jetzt so in die Mitte vor, die, ja gut, die Infernos sind natürlich nicht geladen, ja. Leichtes Spiel für die Skelette auf jeden Fall, das ist halt der Vorteil, ne. Du hast die Skelette vorne, die fressen den Schaden, die Hexen machen die Skelette halt immer wieder neu. Und ja, so hast du dann halt immer, äh, dafür gesorgt. So, und dann, ja. Was haben wir noch? Ja, oh, jetzt kommt der Barbarenkönig noch in die Mitte, jetzt kommen die Bogenschützenkönige noch in die Mitte. Das ist schon mal nicht so verkehrt. Ist er in der Mitte, jetzt hat er den ersten Stern, das geht natürlich noch auf den zweiten Stern, jetzt werden noch die Clan-Truppen unten gesetzt, da ist sogar noch ein Drache drin. Würde mich nicht wundern, wenn er sogar einer der Level-4-Drachen ist von Nico, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber normalerweise müsste er doch, ja, er müsste ja eigentlich alles schaffen, oder? Er hat noch so viele Truppen übrig, die Helden hat er noch übrig, die ganzen, noch sehr viele Hexen hat er auch noch übrig. Uiuiui, und den Drachen noch übrig, nicht schlecht. Nur der Drache wird zumindest jetzt noch den Bogenturm kaputt machen, bevor er selber stirbt. Und du kommst echt, du kommst kaum hinterher, bei den ganzen Truppen, die jetzt noch sind, mein Gott. Unglaublich. Ja, 88% ist es jetzt nur noch eine Frage der Zeit, obwohl, die Zeit wird knapp, ne? Weiß ich jetzt gar nicht genau, ob das jetzt wirklich, na, okay, das wird locker reichen. Das war wahrscheinlich die Endzeit einfach nur dann runtergerechnet. Ja, das war einfach nur die Zeit bis 100%. Und ja, das war, das war, hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet, was das für ein Drache war, aber egal. Letzter Angriff von Kevin aus unserem Clan. Und es ist ein Angriff mit Magiern. Level 6. Auch immer schön anzugucken. Er meinte zwar, es wäre ein leichter Fail-Angriff, aber das werden wir uns dann jetzt mal angucken. Magier, muss man sagen, sind natürlich auch jetzt nicht so ganz so stabil. Allerdings teilen sie natürlich richtig geil Schaden aus. Es ist ja so, der Barbarenkönig von ihm ist jetzt gleich kaputt. Also der gegnerische. Von Creeceal 2 aus dem Clan Team Österreich. Da hat er jetzt noch einen Wut-Zauber gesetzt, damit die jetzt noch ein bisschen weiter in die Mitte gehen. Ja, zum Glück noch rechtzeitig weggegangen, bevor der Minenwerfer da was hinwerfen konnte. Allerdings, ja, jetzt hat er noch einen Haltzauber gesetzt. Könnte sein, dass die noch ganz gut was reißen. Aber jetzt hat er auch nicht mehr so viele übrig, ne? Das ist immer das Problem, Magier brauchen auch ein bisschen Platz. Unten setzt er noch ein paar und hat da noch ein paar hingesetzt. Da kommen nur jetzt noch ein paar. Bin ich mal gespannt, was da jetzt noch bei rumkommt. Wobei, der Loot geht ja eigentlich, oder? 294.000 Elixier, 242.000 Gold. Ja, ist ja okay. Barbarenkönig hat er auch noch. Der läuft da noch außen rum. Bin ich mal gespannt. Vielleicht schützt er den ja auch noch am Ende. Vielleicht will er nicht, dass der so viel Schaden nimmt noch. Hat er jetzt noch. Ja, die 50% hat er jetzt. 50% hat er jetzt. Und dann wird er jetzt wahrscheinlich gleich auch aufgeben. Weil der Barbarenkönig ja dann gleich nicht kaputt sein wird. Sondern. Ja, warte, wir warten es mal ab. Wir warten es mal ab. Ja, hat er aufgegeben. Am Ende 289.000 Gold, 294.000 Elixier. Ja, das waren auf jeden Fall die Spezialangriffe für heute. Für die 17 Uhr-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal ein bisschen was anderes. Oder so ein paar Spezialangriffe. Also wir hatten Drachen. Wir hatten... Was hatten wir noch? Erst hatten wir die Drachen. Dann hatten wir die Hexen. Und dann hatten wir die Magier. Ja. Das war auf jeden Fall diese Folge. 18 Uhr kommt noch Matthias' Folge mit seinem... Mit seinem täglichen Update zur Clan-Challenge. Und ja, wir sind uns morgen wieder bei einer neuen Folge. Falsch of Clans. Abonnieren nicht vergessen. Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.